Er hatte seinen glorreichen Moment beim 16-Carats 2022 als neuer Champion, aber musste den Titel sofort wieder an Jörn Simms in Frankfurt in der Batsch Cup abgeben und... Scht, scht, scht! Kannst du du stoppen? Stopp, bitte stopp, stopp! Ich weiß, was du versuchst. Du versuchst, auf Deutsch zu sprechen, um zu verstehen, dass ich das nicht verstehe. Man, ich stehe auf meinem Job. Nein, 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 nein. Ich hab alles. Ich hab alles. Du sprachst über was mir passiert. Aber Mann! Der Zeit ist der Zeit! Ok? Der Zukunft kommt, und der Zukunft ist. Der 13 April. Jern Symonds, du kannst du so groß wie du willst, so strong wie du willst. Ich hab eine Planung. Und dieses Plan wird mich der neue WXW Unified World Wrestling Champion! So Jörn, be ready, because I will have my title back.